Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu meinem ersten Online-Education-Video. Mein Name ist Katharina Pavic. Ich bin Saloninhaberin von Kati Heim Makeup im 9. Bezirk in Wien. Wir befinden uns momentan in der Corona-Krise und werden gebeten, zu Hause zu bleiben. Unsere Geschäfte sind geschlossen, unsere Mitarbeiter zu Hause. Vieles ist nicht mehr so, wie es einmal war. Ich habe mir überlegt, wie kann ich diese Krise konstruktiv für mich selber nutzen und vielleicht auch für andere. Für meine Mitarbeiter oder Lehrlinge oder ganz einfach andere Kollegen, die Interesse haben, sich weiterzuentwickeln. Somit haben wir unser Wohnzimmer ein bisschen in ein Fotostudio umgewandelt und werden in den nächsten Tagen ein paar Tutorials für euch aufnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr teilnehmen würdet, meinen Kanal abonnieren würdet. Wir werden viel über Baleage, Voyage, Babylights, viele Strähnentechniken und ein bisschen Farbenlernen machen. Ich hoffe, wir bestehen diese Zeit ganz schnell und können bald wieder in unseren Geschäften stehen. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf.